Herzlich Willkommen zu Zelda The Minish Cap! Yay! Danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ja, im letzten Part sind wir stehen geblieben und hängen geblieben, sagen wir mal so. Wegen meiner Inkompetentheit oder was weiß ich so. Oh man, wie kann man darauf nicht kommen, ey? Ich komme darauf einfach nicht, klar. Oh man, ey, ich zock auch gleich Fight-End. Kein Elix mit Pause und so. Oh man, ey, wie dumm kann man überhaupt sein, ey? Oh man, ey, oh Gott. Jetzt fall ich auch noch runter. Na ja, was soll ich jetzt kommen? Oh, hab ich schon ausgerüstet. So, weg mit euch. So, oh man, ey. Echt, ey, Freunde, was geht, man? Ich komme darauf einfach nicht klar, dass ich da wegen Sonne... Was geht, man? Warte, 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 warte. Jetzt bin ich auch mal dran hier, komm. Oh lol, ich habe ihn irgendwie getroffen, aber... Ja, schon wieder. Komm. Oh, oh, komm. Erstmal eine, komm, genau, erst mal eine. Kann ich auch, guck. Hier, ich habe es gesehen. Oh lol, das ist ja einfacher so. Ah, okay, jetzt habe ich den Sinn des Gegners verstanden. Los, greif an. Komm schon. Nicht meh, nicht meh. Komm schon. Hey, lol. Diese Leute haben wir auch noch nie gehabt. Du, der kommt schon, stirb. So, jetzt werde ich aber... Hoffentlich nicht noch mal so dumm stecken bleiben, man. Oh Gott, ey. Wie dumm kann man überhaupt sein? Das tut mir wirklich leid, Freunde. Deswegen so was da stehen geblieben in dem letzten Part. Ach ja, so höchst du dann immer an, ey. Oh nee, nicht schon wieder sowas. Okay, hier haben wir was zum Erfrischen. So, jetzt muss ich aber erst mal... Okay, gucken. Ding, 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 ding. So, 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 so. Ich renne einfach mal durch. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Ich mache es falsch. Okay, komm. Nochmal neu starten. Ach, warte. Jetzt wollte ich es eigentlich anders machen. Ach doch. So ist es, glaube ich, richtig. Ah, so ist es richtig, glaube ich. Yeah. So ist es richtig, Freunde. Okay. Ich wollte eigentlich anders machen, aber dann wäre es auch wieder falsch. Aber so war es schon richtig. Gut. Hab ich geschafft. Oh nein, Geister, Geister, Geister. Komm, 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 komm. Ihr seid eklig. Ihr leckt mich nur ab. Ja, geht weg, 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 weg. Oh Gott. Schnell, wir müssen sterben. Weg, 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 weg. Oh nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Komm, wir müssen sterben. Oh Gott. Wie viel stecken die denn ein? Wahnsinn. Oh Gott, ehrlich besiegt. So. Oh Gott. Ach ja, ich habe die komische Brücke da aktiviert. Aber ja. Hey, komm schon, sterb. So. Hier, schnell rein hier. Weg, weg, weg. Na, hängen meine Pfeile noch? Na, nö, sie hängen nicht. Oh Gott. Fast selber runtergeschmissen. Rein, 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 rein. War das knapp? Gehe ich jetzt mal runter oder hoch? Ich gehe jetzt mal runter. Runter ist immer gut. Äh, äh, ne, äh, doch nicht. Oh, hätte sein können. Oh, yeah. Inventar auf. Ja. Geil, nochmal raus rein. Vielleicht nochmal Bomben kriegen. Okay. Ach, was soll's. 43 Bomben werden schon reichen. Oh, man. Wie viele Bomben wir schon verschleudert haben, ne? So. Zweiten Schlüssel. Oh, yeah. Yeah. Kleine Schlüssel halten. Geil. Ach, puh. Mann, 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 Mann. So. Jetzt aber jetzt mal zurück. Auf den Weg nach Hause. Da haben wir, ja, da sind wir ganz dumm stehen geblieben. Und das zweimal wegen meiner Inkompetentheit. Weil ich viel zu dumm bin, um irgendwas zu checken, Alter. Erstmal den, das erste Ding wegen den, wegen den Bomben und so. Na, wie ich, äh, wie ich da das erste Mal nicht weiterkam in diesen Dungeon. Da gab es sogar eine rissige Wand. Ach, und ich hab's ja nicht mitbekommen, dass da überhaupt eine ist. Naja. Egal. Es passt. Oh, Leute, hier ist ja auch wieder nur einer. Warum, hä? Wir sind ja noch nicht vorhanden zwei gespawnt. Aber naja, was soll's? Hey, weg. Äh, oder ich hab nicht mal nicht geguckt. Komm, sterb schon. Hallo. Hey, ich hab ja eigentlich so mein Schild. Warte mal. Aha. Äh, äh, äh. Er hat mich getroffen. Er hat mich... Was? So. Komm, nochmal. Oh, was? Komm. Komm. Oh, was? Ja, ja, ja. Jetzt hab ich ihn. Puh, zum Glück. So. Und jetzt geh hoch erstmal. Zuerst gehen wir hoch. Dann haben wir den Schlüssel. Äh, höh, höh. Naja, Freunde. Ja, ne. Ich weiß ja nicht, wie ich's sagen soll, aber... Ähm, ja, ähm. Toll. Oh, Mann. Ach so. Ich bin... Ich muss hier lang. Ach so. Lol. Raum verwechselt. Sorry, mein Fehler. Hä? Ich muss ja jetzt runter. So. Was muss ich machen? Ich muss... What? Egal welche, ne? Okay, das ist egal welche. Ich muss da irgendwie durchkommen. So. So. Ich muss genau den Zeitpunkt abwarten. Erstmal. Der. Wow, 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 wow. Und der. Jetzt. Ist eigentlich ganz simpel. Wow, mit, 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 blablabla. Was? Hä? Wie? Ach so, ich hätte auch noch ganz komisch reingehen müssen, ne? Ganz vorsichtig. Ich glaube. Aber dafür muss ich noch extra Zeit nehmen, okay. Erstmal aufladen, so. Zack. 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 Ah, jaaah. So. Oh nein, das ich hätte nur schlagen müssen, ne, ich bin so ein Pfosten manchmal, ne. Da da da. Ich hoffe das funktioniert auch so. So. Ich hoffe das funktioniert auch so, ne? Ich weiß es nicht. Babam bada da da. Oh oh nein, jetzt hab ich zu früh. Jetzt weiß ich auch noch los. zack zack und den und den so jetzt gehen wir hier schräg rein und nein wie doll ich bin wie doll kann man überhaupt sein oh man das geht so nicht oh man wie geht das denn jetzt lassen wir durch muss ich das hier ein hier ein hier ein und er keine ahnung ob das was bringt ja egal hier mache ich jetzt mal es hat nichts gebracht weil ich mir den arsch abrand okay toll wie mache ich das denn jetzt das ist echt habe ich jetzt gerade was muss ich denn jetzt am besten machen ich mache jetzt so ich glaube dass ja auch man das geht nicht das geht einfach nicht wie muss ich das machen ich muss ich muss das so machen ohne mist ich glaube ich muss das so machen ich muss da irgendwie mich rein schummeln in der ecke ich muss mich da irgendwie rein schummeln in der ecke aber wie das ist das ist die frage der wie toll man jetzt verbringt mir noch mal einen arsch auf so zack so und erst mal warten nicht dass mir wieder ein arsch verbrennen jetzt ich muss mich da irgendwie rein schummeln man es wird aber nicht funktionieren es will nicht funktionieren freunde oh nein war teufel verkackt geht das ähm irgendwie ähm so so geht's auch okay man so haben wir das rätsel gelöst aber nicht so wie es sollte glaube ich egal jetzt mal hier rein oh jetzt mal unten oh ne 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 wieder nach oben nicht wieder nach oben wieder nach oben so das ist doch viel sicherer jetzt mal ganz schnell und ganz schnell rein haa schabrand oh mein gott haben wir noch geschafft hier reinzukommen yeah um uns jetzt auf den dritten schlüssel so da habe ich das rätsel auch geschafft puh freunde puh das spiel das ende das oh man das endet langsam aber ich weiß noch nicht ob ich wirklich alle dings sammle hier alle herzteile und so aber wenn nicht ist finde ich nicht schlimm finde ich ich hab das spiel durchgespielt hab mein spaß daran gehabt ohne miss ich habe mein spaß daran gehabt freunde so aber jetzt muss ich aber erst ach ne da ist der böse schlüssel ne warte mal ähm wo muss ich denn jetzt hin äh ne hier bin ich falsch muss ich nach links hoch hoch und dann rechts okay gut dann muss ich jetzt nach links denn nach oben dann nochmal nach oben so oh 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 habt ihr es gesehen oh ich habe mich an der kante lang gecheatet man link unter fliegen er hat die pilger so stiefel habt ihr es gesehen egal nein hat er nicht man das ist geil in den spiel wo jetzt kommt die so jetzt seid ihr dran jetzt bin ich dran macht platzwichser kommt schon hey jetzt greifen wir dabei ganz durch und dann ach komm ich konzentriere mich erst mal wieder bei genau so machen dann los kommt also der erste weg kommt nicht antäuschlich aufschlagen ja so genau immer schön schlagen immer schön schlagen wenn die fresse mir immer schön in die fresse hauen es will was ich habe gegen seine klingel geschlagen jetzt kommt schon jetzt habe ich endlich so wenn ich es war an ihr waren ja schon in den raum das stimmt ja hier waren wir noch gar nicht aber darunter waren wir das jetzt machen wir aber erst mal richtig sagen wir noch ein arscher brand toll und nein ich muss alle fackeln an machen innerhalb des zeit limits oder was vorgott aber das nur weil ich mir ein arscher brand habe habe ich es geschafft hoho man was für knackige rätsel hier oder was ne nicht hier schon wieder ohne 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 war was weg 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 war hier weg warum habe ich eingetöte und erst gehen alle weg ist nur einer der richtige oder sind das die anderen fege egal 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 ich möchte erst mal wieder mein schild ausrüsten oh man ist echt hart der dann schon ohne miss der ist echt hart so jetzt brauchen wir nur noch hier hoch gehen und haben es auch gleich geschafft hier kleinen schlüssel halten öffnen verschlossene türen in diesen dungeon so haben wir das haben wir das haben wir das so ach ja freunde das spiel endet sich langsam das spiel hat langsam wirklich ein ende so komm 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 und jetzt mal nach links jetzt muss ich einfach erst mal weg weg oh gott fast einen strom schlacht bekommen aber bevor wir dieses schloss öffnen aber erst mal jetzt nicht dieses schloss ich meine jetzt dieses große schloss hier so erstmal groß machen ich weiß nicht wie viele blöcke man schieben kann deswegen schieb ich mal von links okay das geht noch von hier naja ok wenn du es so wollen und den großen schlüssel halten er für eine große schlüren okay haben wir alles hier haben wir alles aber kein neuer kein neuerdings oder so keine neue rüstung oder sowas gab es doch sonst immer in den letzten dungeon aber erst mal ja gehen wir zurück freunde und werden erst mal ja noch mal eine feenerfrischung machen hier eine kleine erfrischung für die füllen und so kann ich eine ohne springen geht das kann ich es kürzer machen aber weg 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 kann ich es kürzer machen hier ich kann nicht runter springen warum ist vorher nicht erlässt und er hat noch vorhin letztens ist klar vorhin ich habe durch die aufteilung nach die gleiche aufnahme ist klar so bomben bomben pfeile bomben hier wieder aufladen frischen und so jetzt noch mal und und wie viel macht eine hat nur vier ernsthaft die haben mal sieben herzen aufgeladen jetzt nur viel alter was denn das für eine abzocke naja ja was so holz was stimmt okay ach ja mein strahl habe ich auch gold so stimmt was toll den habe ich jetzt nicht gesehen den komischen harry potter alter mann so jetzt aber jetzt müssen wir aber erst mal ganz schnell nicht dass ich was gegen harry potter hat harry potter ist cool also ich habe jeden film geguckt ich finde klasse so so rein so das haben wir das ende nähert sich nicht schlecht nicht schlecht ihr seid gekommen um die zeremonie zu stören doch wir kommen zu spät wenn die glocke noch dreimal läutet ist die zeremonie beendet und mit dem dritten glockenschlag werde ich jetzt dämon fahrt sein tja und zähler ist dann wirklich nur noch ein stück stein oje wir haben keine gute keine keine zeit kippe lass uns schnell aufs dach gehen ja schnell und ein gewerkt du musst sterben ist ganz schnell hey er hat gesagt ganz schnell also das ist durch würde es geht nicht auch vor kurz sagen was hast du das gehört nach zwei schläge beeilung und eine schaffen wir warte 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 so zack zack weg 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 mit euch weg 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 alle weg alle weg ich muss mich schlafen oh nein ich muss ich halte beteken ja schon so gedacht wenn ich das jetzt verkacken habe ist es denn vorbei das spiel oder was jetzt noch mal ganz schnell ich das jetzt kommt noch mal oder geht es nur wenn ich pro raum durch geht denn es ist alles okay weil dann würde ich mir nämlich zeit lassen schnell durchgehen und jetzt kommt es noch mal das zweite mal die glocke hat schon wieder geläutet was sollen wir noch noch ein letzter schlag in das ist vorbei was euer ernst euer ernst ja genau übertreibt übertreibt also was geht jungen ich werde sowas von sterben alte lasst mich die habe ich in der ecke gehabt ich kann noch nicht mal raus ohne müsste kann man nicht mal raus jetzt war es allerdings muss ich erst mal ein konzentrieren ohne miss wenn einer weg ist gehen zwei noch zwei sind ja echt nicht so habe ich jetzt erwarten nur noch einen schlag oder so glaube ich geht doch nein jetzt aber so in jetzt bin jetzt jetzt ist er dran was machst du so man alle war was er hat angegriffen dann ist er dran woher es greifen weiter an oh gott das war ja doll warum schließen sie sich nur bei der gegenseitig auch nicht schon wieder nach jeder einschlag glaube ich oh nein ich werde sterben ohne doch nicht oh gott ah nein 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 ach ja wer stimmt wenn ich ja nur noch ein herz habe oder so ne nein ich bin so einfachsten ich glaube auch noch stehen naja was soll's und sterb kommt schon oh man oh man oh man oh man oh man oh man oh was oh nein was mache ich was mache ich ich muss jetzt unbedingt oh nee wenn ich jetzt sterbe ist alles vorbei freunde oh nein hätte ich die flasche bloß noch nicht getrunken ich hätte jetzt mal gucken sollen was da oben ist oder ist das schon jetzt schon eine endfight oh gott freunde es wird jetzt echt hart wenn ich jetzt verkack oh man in wenigen augenblicken wäre die zähmen auch jetzt harmonie vorüber gewesen aber ihr müsst mich ja ständig stören nun das ist auch nicht weiter schlimm es war nicht sehr viel aber ich habe genügend force und zelt erhalten nun kann ich um die mächtigsten dämonen der welt werden doch zunächst will ich mich um euch kümmern ah was was wie gemein ja ist klar jetzt wieder unten toll hätte er uns ja gleich unten lassen können so und hier stört mich nicht hier stört ihr stört mich nicht mehr ich werde eure kostprobe meiner dämonischen macht geben und ja alter das sieht eine feile aus ich werde mal gleich feierlos rüsten das sieht eine feile aus das sieht eine feile aus das sieht eine feile aus das auge in vollem auge und so was die augen und ich kann ihn nicht treffen oh gott feuer 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 stein 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 oh gott geht weg erst mal die augen ne glaube ich ich glaube die augen zuerst oder oh gott die augen drehen durch ja was ich kann mich nicht bewegen ich habe nicht bewegen wo gott was kann schon das auge muss bestimmt zuerst weg ich weiß nicht wie das beginnt ja nein ich werde sowas von sterben ich werde sowas von sterben ich habe genug geld ich habe genug geld ich werde wenn ich sterbe aus wie nachher noch mal mit euch zusammen vielleicht finden wir noch was schönes tränke holen aber aber auch schon brandt aber das war schon mal speichern nein nicht speichern nicht dass in der wii als von braunen machen muss oh man so bogen ihr müsst ganz schnell sterben hier hässlich dämlich alter hallo oh gott ist die jene ohne ohne weg 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 oh gott oh nein 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 nicht schön wieder oh man arsch verbrannt arsch verbrannt arsch verbrannt was hat der boss wie funktioniert er denn oh man das ist bestimmt nur die erste etappe in der wo man wetten und wetten das ist noch zwei dreimal alle oh man nur einmal getroffen weil das geht nicht anders oh gott arsch verbrannt mal wieder oh gott ich werde sowas von verkacken heute ja das auge verzieht sich okay ich hab mal aufladen müssen verdammt da werde ich mir mal zeit nehmen müssen feuerfeuer stein 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 nicht schon wieder weg 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 so ein auge andere auge und noch mal aufladen jetzt er hat getroffen hat genutzt und so hoffentlich ist das der sinn dieses bus ist okay ich treffe ich treffe ihn so ist klar aber ich weiß nicht ob ich aber danach noch mal kommen ein feuerfeuerfeuer stein 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 so schnell weg was denn und noch mal aufladen ja oh gott ich will nicht sterben aber ich werde sterben ich werde sterben wo was jetzt vier augen oder was was ich bin auch nicht genau was haben die daneben gemacht was haben die gemacht alter nö nicht schon wieder seine kugel ohne ohne weg 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 nein nein nicht schon wieder feuerfeuer feuer stein 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 und so war ich bin auch noch voll rein was die hat sich was was ich wollte gerade sagen ich trifft jetzt also ich kann auch mit mein schwert das soll man mal einer sagen alle ohne nicht schon wieder kein laserstrahl machen ist nicht gesund aber nein geht weg ich hab nur noch ein herz ich werde so was sonst sterben freunde der part ist doch schon wieder jetzt vorbei aber egal ich werde sterben seht ihr es freunde ich werde sterben so das aug ist weg oh gott 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 das ist knapp jetzt treff ich jetzt aber mit meinem schwert alle warum nicht gleich so ich bin auch ein droddel ne ja hätte ich dir jetzt schon länger oh gott was macht die denn jetzt genau ja was machen die auf wow ja genau was geht wow was 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 warte 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 da brauche ich den hier alter alter was macht die junge woher was verpiss dich ja aber warum treten die so ab woher freunde ich habe gedacht das wäre der letzte part aber nein nein ist er nicht ist es denn nicht das ist nicht der letzte part ich weiß nicht was was muss ich denn jetzt machen ach so ich kann die dinger kaputt machen aber das spiel ist vorbei freunde ich bin einmal einmal game over gegangen nur weil ich das spiel boss nicht kenne er ist off-square natürlich er ist off-square blind aber nein freunde nein 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 wir werden jetzt einmal speichern ja und freunde dann danke ich wieder fürs zuschauen und bis zum nächsten part dann werden wir den rocken ne tschüss 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 tschüss